Musik Hat er dich jetzt erschossen, der Typ? Ja, Patrick ist mal wieder der Schnellste. Äh, ich hab ihn erschossen. Alter, ich hab ja drei Stück hintereinander Leute überlegt. Alter, hier liegen jetzt so viele Leute. Oh, hi. Kann mich jemand wieder beleben? Sag mal, die sollen nicht lügen, wir brauchen auch noch Sachen. Kann mich jemand wieder beleben? Ich guck mal. Wer rennt da vorne? Hallo? Ich lauf gerade hier. Ah ne, du bist ja woanders. Nee, wer rennt hier oben? Hallo, da vorne an die Gleise, an der Straße. Wie siehst du denn aus? Ich liege auf dem Boden, auf der Schiene, genau. Ja, hier liegen zu... okay. Hallo? Hinter dir? Oh, da hinten, da hinten, da hinten ist er... Ich glaub da hinten ist der Mosin-Schütze. Alter, Alter, da hinten. Alter, knapp drüber! Knall den doch ab, Alter! Ich glaub, ich hab ihn... Boah, ich bin so gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Alter, ich bin in Elektro... Alter, ich bin in Elektro. Ich hab ihn erschossen, ich hab ihn erschossen! Ich hab keine Ahnung, wer das war! Nimm mal seinen Dude, Alter, nimm mal seinen Dude und... Ich hab keinen Platz, ich muss jetzt hier warten. Alter, guck dir den Kreis an! Wie viele sind? Spinn... Tobis auch? Ich bin... Hey, du mit der Mosin, willst du vielleicht ein P-U-Skop, das für Schiene... Patrick, hol den mal weg, bitte. Patrick! Aber nicht auf den Rucksack schießen! Na kriech! Kriech auf den Boden! Mal schön auf die Beine schießen! Alter! Patrick! Ich wollte dich gar nicht abknallen! Nein! Du hast ja schon zwei abgeknallt! Hat der was? Oh, hier liegen so viele Sachen gerade. Genau, deswegen werden wir das nächste Mal, wenn wir zocken, auf jeden Fall... Alter, so ein... Jetzt hat der mich erschossen! Wir laufen jetzt zum Prisoner hin. Wir gehen da rein. Weiß ja nicht, ob du das von hier aus sehen kannst. Keine Einsicht mehr. Hast du im Blick das erste Prison hier von uns? Yes! Okay, die müssten eigentlich gleich da reinlaufen. Hast du die Spiele auch gerade gesehen? Nein! Ja! Okay, hab sie. Okay, gut. Ich würde sagen, wir laufen jetzt in den Wald ran und versuchen wir uns ran zu nähern, oder?